Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. Nach wie vor auf der Farm hier. Schauen wir mal, wie lange das hier noch gut geht. Du weißt. Die Hose kann fühlen Sie Ihre Angst. Just act confident, okay? Uh-huh. Confident. Yep. Don't pull on the reins. You'll yank his bed out. Use your legs. There you are. Now let's go. Oh, Jack, little kick and a... See, you can do it. How about you speed up the mic? Okay. Whoa. Now let's slow it down. Whoa, boy. Why don't we speed it up again? Okay. Come on. You know, this ain't so bad, sir. Good. Amazing what the right horse has a little confidence can do. Whoa. How do I look? Better than before. Keep at it. Even faster, come on. Faster? They're still more slow than that. Okay. Let's go across to the street. Yes, sir. Let's go across to the street. Yep. Come on. Hey-ya! I wish you'd get back. You think you're ready for a little race? I guess. All right. We go back to the path and up to the range. Okay. On my go. Go! Go! Oh nein, unser Pferd ist zu langsam. Let's go. You're ready for a little race. Let's go. Let's go. Let's go. This horse can go! We're doing it, boys! You won't be in front for long! I beat you! I beat you! Well ridden, son! I beat you! I beat you! You're riding, you've gotten so much better! Thanks! Hey, keep practicing you riding! You too! You need it! Hey! I'll get the coffee on! Thank you! I'm headed to work today myself, Jack! Huh? So you stay out of trouble! Where are you working? I told you! Cleaning at the doctor's office! Bye! Bye! Give the place a tidy! Bye! 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 See you later! Bye! Oh, I need to win the swimming pool! Oh my God, seriously? It's so hard. So you win the swimming pool for, so it was really easy! auch gewesen. Ach Gott. Weil wir sollen unseren... Unser Sohn, der gerade reiten lernt, sollen wir im Rennen schlagen. Ein Kind, ja. Komm, ernsthaft. So, genau. Mr. Dickens, der uns hoffentlich in Ruhe lässt. Ich fürchte, der wird was wittern. Ich habe gesagt, meine Frau wurde aus der Begründung gebetet. Wir waren in eine regierung der Begründung. Es war ein schlechtes Moment. Das klingt schrecklich, aber ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, keine Sorte davon. Ich bin aufwachsen, um einen Mann zu nehmen, und auch um zu glauben, dass es ein Land frei ist. So frei, dass ich nicht sagen kann, was ich denken. Ich glaube, es ist nicht so wichtig, was du glauben. Da hat sogar eine Patronin gehört mit dem Holster umgeschneidt. Wäre es nicht gescheiter, wenn man das erst nachher macht? Das würde besser halten, wenn man das zuerst draufstecken würde, zu zweit, und dann! Wenn man das zuerst da reinstecken würde, und dann in die andere Seite reinstecken, und dann das mit dem mittleren Pfosten in die Erde schlägt, dann hält das Ganze nämlich deutlich besser. Das ist es. Das sieht gut aus. Geh zum nächsten Post und das in. Ich hoffe, dass du die Basiken verstehst. Ich habe andere Dinge, aber es gibt mehr als ein Tag hier für dich. Okay, so lange. Ich werde die Sekunden betrachten, wenn du fertig bist. Okay. 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 Das war ein bisschen zu erwarten, oder? Das war jetzt nicht so. okay. 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 So, ob es da war. Aber ist ein solches Ding? Oh, oh, ouch. Wir gehen noch drauf, wenn das so weitergeht. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Du hast deinen Hut verloren, Kumpel. Wie ein Raffi, wie schaust du aus, ne? Noch einer, oder? So, muss man ja lassen, muss man richtig, jetzt steh auf, Mönchchen. So, na klar kommt sie. Na, das ist so typisch, das ist so typisch. Das ist so typisch, das ist so typisch. Das ist so typisch. So, wie ist deine Frau in der Brawl? Ich lasse meine Frau alleine. Oh, sie ist wirklich schön. Geh raus! Oh, du hast eine Temperatur. Imagine, du bist frustratiert mit deinem Leben. Mariert zu einem Schuss-Schövelin-Farmhand. Was hast du falsch gemacht, wenn du hier bist? Ich lasse meine Frau alleine alleine. Ich lasse meine Frau alleine. Ich bin ein Schuss-Schuss-Schuss-Schuss-Schuss. Ich bin ein Schuss-Schuss-Schuss. Ich bin ein Schuss-Schuss-Schuss. Und du, du hast, sagst du, Herr Geddes, was wir haben. Wir werden zurück. wieso sind wir überhaupt bei der schön wenn du mal vergewaltigt wirst von denen dann sag nicht ich soll kommen und dir helfen wir prügeln uns ja nicht nur wissen wir sind pazifisten das tor geht einfach von selbst auf wir all get caught eventually john i guess the trick is to decide by who ich 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 Abigail, oh man. Ja, ja, sie will nicht, dass wir uns irgendwie prügeln und bla. Was sollen wir denn machen, wenn du da herkommst? Mann. Ah, tu mir das an. Jetzt kann man melden. Kriegen wir dafür Geld oder irgendwas? Das wäre mir kaum was. Kommen wir später wieder, um noch eine Einwerte zu füllen. Ah ja. Schön. Jetzt sieht man, was sich sonst noch hier getan hat. Das ist jetzt wohl auch eine Ranch. Jetzt ist die Frage, sind die Penner hier? Das ist der Oma ja die Mine. Glaube ich, oder? Jetzt ist die Frage, haben die diese Ranchi gekauft? Wahrscheinlich, ne? Und dann wollen sie, dass die auch noch haben. Was tut sich sonst so? Der Strawberry... Hey, wir können nach Blackwater. In Frieden. Was ist das hier? Gefangenenlager, okay. Albert Mason. Ah, das ist der Theaterfotograf, glaube ich. Den hier gibt es noch. Gut, da laufen wir sowieso nicht drüber. Zur Abwechslung sucht uns keiner mehr. Noch nicht. Das Reservoir ist weg. Tja. Ich schätze mal, wir werden bei Zeiten mal auch die Welt erkunden können. Aber erstmal werden wir wohl hier auf der Farm bleiben. Bis hier alles auseinanderfällt. Was, glaube ich, nicht mehr so lange dauert, so wie es dabei ausschaut. Aber wir haben momentan nicht mal eine Waffe, da ist ein bisschen gefährlich rauszugehen. Wir können uns nicht mehr gegen irgendwas verteidigen. Und ich glaube, wir haben auch nicht das Geld dazu. Wir haben 20 Dollar, damit hüpfen wir nicht weit. Unser Fleisch haben wir. Sieht man eigentlich jetzt. Und... Alles perfekt. Wir haben einfach die Amulette abgenommen scheinbar irgendwie. Schauen wir mal, wie lange das hier noch hält. Aber nachdem die da immer wieder auftauchen, wird es früher oder später zu einer Schießerei oder irgendwas kommen. Und entweder wir werden vertrieben oder wir müssen flüchten. Irgendwas davon wird es sein. Definitiv. Ja, was machen wir zuerst? Kann man... Das Index da mal nix. Triff dich mit deiner Frau. Hallo. Ach, Gott. Der möchte mit uns sprechen wahrscheinlich, weil er gehört hat, dass wir den ziemlich verprügelt haben und sie damit davon gejagt haben. Und ob wir ihm noch weiterhelfen können. Wie wir hergekommen sind, habe ich ja gesehen, da steht ein Gewehr an der Wand. Also, mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja das und sagen, hey, erledige die mal, die wiederkommen. Und den Typen zu zeigen, hey, so nicht. Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.